Syrische Regierungsgegner haben diese Drohnenaufnahmen aus Aleppo im Internet veröffentlicht. Die Bilder sollen den Stadtteil Al-Mashad im östlichen Teil der umkämpften Stadt zeigen. Assad-Gegner haben die Gegend unter ihrer Kontrolle. Auf den Straßen sind nur wenige Menschen zu sehen. Seit Gespräche über einen Waffenstillstand im September gescheitert sind, bombardieren russische und syrische Kampfflugzeuge die Rebellengebiete in Aleppo so stark wie noch nie. Untertitelung des ZDF für funk, 2017